um das ist alles aus der halskiste gut darüber guter zu stoffer zeichnen ich gucke mal was du alles hast du brauchst du schmiede eine gerberei eine werkbank verlehrter und so ein krams brauchst du dann für rüstung so ok was hat er dort ok eine schmelze ok da hast du schon mal gut wo hier was er sich von großes öfchen gebaut hat nicht schlecht hier unten hast du dein bett noch ein ich dachte noch ein bett in den kisten sehr gut werkbank so eine werkbank habe ich noch gar nicht die siehst du die muss ich mir auch noch bauen die habe ich noch nicht ok dann hast du doch schon alles so gut die gerberei und da war noch etwas da gab es noch irgend so ein ding muss ich mal gucken das hast du das hast du die werkbank eines schmiedes die die da bin ich gerade dabei ok das macht sie gerade ein zimmermann werkbank eines zimmermanns brauchst du glaube ich noch und die macht doch noch schilder und geformtes holz ja das ist wichtig das brauchst du fragen jetzt nicht mehr für was ich für was habe ich das gebraucht das musste ich irgendwo in der schmiede glaube ich mal mit reinschmeißen hier feuerschallkessel brauchst du nicht unbedingt das ist was zum vererben glaube ich da kannst du zur not auch mal meinen benutzen ja ja also gerber das brauch ich jetzt nicht mehr das brauchen wir dafür aber da können wir erstmal würde ich sagen laufen wir dann erstmal los jetzt können wir noch ein bisschen steine sammeln und sowas an so einem kram und dann holen wir metall das ist wichtig dass du wenigstens mal so 100 200 klumpen metall bei dir hast warum läufst du so langsam ich brauche ein bisschen rinde brauche ich für die genau bisschen was habe ich schon vielleicht muss man mal also wir haben ich weiß gar nicht ob ich ein feuer in der kiste aber wahrscheinlich das glaube ich letztens weggeschmissen weil die kiste so voll war ja 38 rinde gut 42 steine und 42 rinde das habe ich alles brauche noch mal rinde mhm oh keine steine steiße ah ich muss steine sammeln dann hackt er schnell ein paar steine ab oder so oder so so ein paar steine sind noch schnell raus gehackt ja ja so ähm hast du Eisenbahn ein paar das die Stahl oder die Eisenspitzhacke reparieren kann ja warte ich bring dir was rüber so hi beast Eric geht es nicht so gut der ist krank da liegt im bett und schläft schon den ganzen tag mein sohn ist auch voll erkältet aha äh ich weiß nicht erik hat es irgendwie richtig da kotzen so ja barndarm oder was mhm wahrscheinlich ein schuss ein schuss naja dann denke ich mal können wir ja morgen mal zusammen zocken das ist doch immer unser ding ich spreche gerade wieder mit biest ja mit dem ich immer mal sofort mal ein bisschen zocker mit dem ich immer mal sofort mal ein bisschen zocker achso metall brauchst du das ich bin überlastet oder was denn das ne 40 soviel brauch ich nicht naja kannst du mir ja wieder gehen wenn das hast ok achso 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 der hat die da liegen alle finger schön nebeneinander und fertig bin ich dann das ist ja komisch wo hast du da vorwärts auf d d ist vorwärts s ist rückwärts a ist links f ist rechts das ist ja krass so spiele ich meine shooter alle wo sie jedes mal umdixen ja das geht ja schnell und wehe ist dann halt immer euch irgendwie auch was spezielles was ich dann nicht so oft braucht wie es bis vorwärts laufen aber halt eben trotzdem schnell erreichen kann also ich komme damit gut klar das ist natürlich alles eine gewöhne gewohnheitssache aber dein ofen war oben ich schmeiß das metall mit ihren in den ofen rein jetzt habe ich also jetzt habe ich mir da liegen lassen bin ich behämmert alter hör doch auf das habe ich glaube ich müsste reichen oh man noch drei rinder rinder warte bring ich da auch mit drei stück ich hab doch 50 stück lass wir wollen wir müssen los wir müssen erze ernten jede minute ist kostbar da ist was da stehe oder ottoa wo soll ich es dir hinpacken ja komm hier rein dann kann ich es ja gleich ja natürlich schmeißt er hin rinder metall dann geh bitte halt so jetzt baue ich noch schnell ähm die gerber rein und dann ist es los also gut so 28 zwern brauche ich noch habe ich aber auch ah der meister ruhig selbst guten abend hallo ne wir haben auch gerade erst angefangen mit dem stream sind zwar schon eine weile drin und dann haben wir quatschen oh ein sandsturm kommt auf meister ein sandsturm ist bei dir sicher in der hütte oder zieht sie oben durchs alles gut dann bleibe ich hier komm ruhig rein jetzt war das schon mal noch dunkel na gut war ich den sandsturm ja na wo ist es hin jetzt holz und gleich noch die schreiberwerkstatter du bist du oben auf dem dach rum alter ne ich bin unten in der zwischenetage oh hier zieht es rein alter krass wo ist er wo ist er ich sehe nichts ok weil du hast noch keine fackel du musst auch noch eine standfackel bauen unbedingt so dunkel wie ein bärmarsch bei dir ja das habe ich vorher gemerkt das fehlt noch eine trostlose hütte hier kein licht ja warte da kommt schon noch coole sachen dran die menschen brauchen licht und feuer ja wo hab ich denn das gesehen ähm so ne ähm das sag schon so ne trofäe so ne trofäe ach so ja krokodile und so n scheiß ja 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 oh ey fuck jetzt reicht mir das holz nicht hm naja gut ich baue erstmal nur die der umschleicht der autor die die kerberei auf und den resten möchte ich später wann geht es bei dir los mit dem streamen mein arbeitskollege streamt auch also sind einige bei uns so die streamen oder youtube machen oder sowas oder gemacht haben finde ich cool jetzt gehts los aber ja ich hasse das ich hasse das ich seh ja ne scheiß an du baue ich jetzt das ding hin ja einfach irgendwo in der ecke oder unter der treppe unter der treppe kannst du eh nicht viel bauen da steht sie mittig im raum das ist gut ich sehe nichts alles dunkel alles rot naja stell einfach hin das ding ja zack achso achso ich dachte die Fackel alter jetzt hat er hier die werkbank hingezimmert mitten in die pampa die hätte man doch an rand bauen können schön in der ecke das ist ein arbeitskollege bist der streamt auch ach ja 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 warte warte gucki nein 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 oder jene nicht das telecream meister ich habe du auch gleich mit im raum alter er kann sie die noch mal einpacken dann sagt ihn noch mal ein und stelle seinen rand hier ist meine werkstattung mache ich will los erz wartet nicht ich hatte es braucht dann noch zeit ewig zeit bis das riesbohr und steckt auf meiner bude nach nach ekelhaft bis du doch gewohnt von der arbeit blei und jahren sind scheiß sehr viel besser so jetzt raus aus diesem dreck aus dieser zwergen hätte alle darfst du keine zwei meter groß sein das schlechte am schädel ein gut ist auch mal empfangshalle du bist sowieso ein bisschen kleiner als alle anderen oder du bist kleiner als ich glaube ich ja im spiel wenigstens im spiel darf ich mal größer sein als du ich kann es noch nicht glücklich damit man handt hast wahrscheinlich das ist steinpickel nicht oder wasser das ist immer durch dass du mir da bist die waffen nicht ablegen kannst ja doch jetzt das spiel hat einige schwächen naja ich habe jetzt in so etwas mehr für drei monate dann kann man ja dann noch vielleicht mal arg zocken das wird das ganze wird auch drauf insulieren da hätte ich auch mal wieder bock habe ich auch schon eine weile nicht mal gezockt brauchen wir waffen ja ein bisschen ich habe ein schwert und ein schild dabei man weiß ja nie ist jetzt nicht sinn und zweck aber vielleicht kommt ja da ein oder andere das wissen möchte das alter das dauert da bin ja schon dreimal tot umgefallen jetzt noch eben schnell was ich will nicht ich will dass du mitkommst die 25 reisen jetzt nicht nein ich will los ach geh weg ok es wird noch schnell was essen jeder noch mal schnell aufs klo aha schlimmer als im wein jetzt muss ich mir schon wieder ein stück fleisch rein zimmern endlich kommt die tussi du bist ja auch geschminkt naja die püppi alter sein sonntags ausgehanzug angezogen warte mal ich zieh gleich meine hose aus das sehe ich sowieso nicht ich sehe das ja nicht zum glück jetzt wollen wir kotzkrämpfe trinken dann drehe ich mich um und bück mich nach vorne alter hihihi 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 übrigens habe ich hinten fischer kürb ähm fischfangnetze aufgestellt körper das ist gut ob wir das krokodil killen ach ne drauf geschissen äh äh ach einmal einfach vorbei wir müssen eh mal links gucken wir sind ja am rand von die bürge mhm die eisensteine komm erstmal mit dann zeige ich dir deine kiste achso du hast eine zwischenkiste gemacht ich habe ja lagerkisten gemacht die erste hier vorne ist deine die zweite ist meine ne 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 die erste da die vorderste die hinten ist meine ich weiß nicht da habe ich noch ein paar schuhe drin liegen bei dir oder hast du die jetzt rausgenommen du hast die rausgenommen oder ichs schon wieder oh ichs schon Alter du hast gleich meine kiste ich weiß nicht ob ich die schuhe noch mal reparieren kann das wäre nicht schlecht weil die waren gut schade naja hier waren wir sonst mit aber wahrscheinlich weil ich die kisten hingepackt habe das bohren die dann nicht mehr ich habe mal kisten gebaut und da sind steile drauf gewachsen drunter achso achso das ist ja auch schön danke dir auch viel spaß wir sehen uns morgen und ich guck nachher mal kurz bei dir rein so so da oben nicht da sind die Typen die kann man jetzt nicht umhauen weil wir nichts mit haben aber ich glaube hier drüben gibt es Metall hier ist schon was ja ist schon was sackt ein was das Zeug her gibt da ist noch ein naja oder weiter oben mach du ne nimm du ich hab da schon zwei da steht der Idiotenherrsch das gleich wieder wissen will hier oben gibt es auch noch Metall ja ohne Rüstung sieht das ganze doch viel viel besser aus da kannst du viel mehr mitnehmen hm warte die Steine kann ich auch noch rausschmeißen ja genau die Steine weg so da ist ein Typ da ist ein Dorf oh da steht Metall bei den Spinnern hm hm ja lass uns mal weiter gucken hast du schon mal so ein Dungeon drin hm was für ein Dungeon äh in so einer Höhle ja vorne bei mir ist eine Höhle da waren so buckliche Gnome die hab ich totgeschlagen aber da sind Kristalle drin aber die brauchen wir noch nicht also ich momentan jedenfalls noch nicht klasse was machen wahrscheinlich hm hm keine Ahnung so stelle die gleich weg möglich ja aber du findest ja auch so Klaas Splitter und sowas ja 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 meinst du Foto und hast du mitgenommen? ja hast du was? nee nicht wirklich ja alter aber ich hab noch äh steht ewig im Bad und schminkt sich und vergisst das Fressen ne ich hab ja nichts im Stash ja also ja dann kriegst du was von mir hier das Metall das ist gut so steine raus geil wie färb ich schon? 146 krass das ist gut du? 114 glaube ich 114 naja ist doch ordentlich wer wusstet hier? ja ich wurs achso kurz was schlucken jetzt mal noch ich hab noch so paar Fliegen abernten die sind auch immer gut hier zwischendurch ja mit der Spitzhacker so? weil sonst sammelt sie auch noch so andere Zigaretze mit ein ja das kannst du ja immer weg haben ja das dauert lange ja dieses pflücken ja da geht die Spitzhacker ja kaputt ja also die Portora benutzt wenn du wenn du so straufe kackst ja 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 minimal he? naja schon aber weißt du wie es ist in Zeiten der knappheit tja wirst du runter oder nochmal hoch? ja wirst egal du wirst wo es ist ich luchte rein ne hier war ich noch nicht achso ich war bloß an dem Dorf und dann war Schluss wir müssen halt mal ein bisschen die Augen offen halten nicht dass wir in den Hinterhalt geraten ich glaube irgendwo sind dann auch wieder Spinnen oder so ein Viehzeug ja ja wollen wir mal dorthin rennen Kohle brauchen wir nicht ne erstmal nicht zur Not ich habe glaube ich über 200 Kohleklumpen in der Kiste ich glaube da hinten ist Metall hier ist Metall wenn sie uns jetzt umbringen alter das wäre echt ärgerlich naja das wäre echt weit weg von zuhause mhm oh hier Sklavenstraße alter haben wir noch nie gehabt wir haben wieder was entdeckt sehr schön oh hier ist irgendwas was denn? was hat gekluckert mit dem Vieh achso du hast in die Hose gekackt also das hat gekluckert also das hat gekluckert doch sei es gerade cool das ist ja ja das stimmt da hinten ist Metall ich habe es entdeckt da hinten komm mit schnell ich sehe es krass ich bin noch nicht mal halb voll das wird reiche Beute aber wenn ich meine Rüstung anziehe kann ich vielleicht gerade so 100 Metall und dann war es das dann nicht ja ja schwer wie so ein Sack Kohle Blei da wären wir da beim Blei ich glaube da oben ist nicht gut oder? wo sind wir noch? ah wir sind dort ok wir sind praktisch im Kreis gerannt guck mal wir sind gleich wieder zuhause ja ja das passiert mir immer äh habe ich gar nicht mitgekriegt das ist so in Dings in so Open World spielen dass ich echt im Kreis laufe manchmal also das ist doch wahnsinn oh ja die Gegend ist gefährlich du hast ja ehrlich gesagt ich habe mal reingeguckt da waren so Vizeus, Skorpione oder sowas aber weiter sollte ich nicht rein hier kommt jetzt hier ein Sandstrom? nein das ist jetzt einfach nur dunkel weil es die Umgebung so dunkel ist ja ja oder? der Reichstraße guck mal oh schön hm Metall ey ich habe einen hast du hier ächzt? ja ok feinstes Metall unten gleich noch was entdeckt oh ne Spinnen alter da hinten oi 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 wollen wir die umbringen? ja aber erstmal erstmal steifeln hm nimm ja komm die machen mal kalt warte erst ich wir machen immer so abwechselnd ja 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 warte ich lad mich mal kurz aus Moment ist das zwei? ne ich dachte da habe ich noch so ein paar Gunkerbeine was fristen die dort alter? was hatten die da? die fristen Menschen alter? alter die die sieht äh gefährlich aus finde ich äh ja ich glaube die ist groß weg hier lass uns laufen schnell wegrennen ja die sieht nicht gut aus mit der ist nicht gut Kirschen essen klar da unten ist die nächste ja oh die ist schnell alter echt? ja scheiße die ist knapp hinter dir oh nein gleich bei nein ich glaube die hat mich entdeckt das Gute ist ja willst du es noch ist sie noch da? ja die rennt noch hinter dir na gut dann mache ich sie gleich jetzt warte jetzt nicht zusammen nicht dass ich dir noch eine verpasse ok gut stopp das wars ja warte mal ich schlachte die mal aus wir sehen was rauskommt chitin 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 14 stück hatte ich noch nie ok was? chitin na chitin ach chitin 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 total da wunderbar krass ordentliche aber es ist doch so metallisch aus was ist das wir sind auch schon im militärischen gebiet unterwegs da gibt es wahrscheinlich hätte möchte sein wenn man schon seinen kleinen arsch riskiert ja ich hab's auch gerade gemerkt ja vielleicht oh hier metall hier ist noch metall meiner steine raus 317 alter krass das kann sie nicht abbauen oder wo sind wir jetzt dort ok wollen wir mal da hoch ja was liegt da ist das eine spinne so gib mir dein chittin du dreckvieh sehr schön ach witz das viehzeug ist ein witz warum sind wir weggerannt wo so ausgeschissen hat sich brauchst du fleisch dünner draus gemacht wenn denn die braten ist ich bin noch nicht so dass ich das essen kann ich bin mir noch unschlüssig ob ich das fell nehmen soll oder fleisch ne nehm ich das fleisch sechs fleisch acht fälle brauchst du fälle da noch nicht eigentlich hier hast du noch ein horn hörnchen wer krölt hier rum ähm warte guck mal hier hinten siehst du da wo da hinten auf der auf der anderen seite ich bin doch gleich voll ja ich noch gar nicht bei mir ist das gerade mal so gelb aber ich glaube ich habe auch was gelernt das sind wir dran ganz ne vor allem was war das dass ich zehn prozent mehr schaden mache wenn ich überlastet bin geil dann überlaste ich mich doch erbarmungslos aber da braucht viel wasser hier in der gegend hier ist noch metall naja nun das ist ja echt viel mhm schön 400 metall alter nice dann was habe ich was war denn das belastung gewicht und gegen mich du verursachst zehn prozent mehr nahkampfschaden wenn du überlastet bist und verbrauchst zehn prozent weniger ausdauer wenn ich es nicht bin doch das ist mal schöner perk aber ich bin fertig jetzt also mehr kann ich nicht nehmen ach so ok warte mal ich muss ihn mal eben wegschmeißen was warte ich mach mal hier achte ja reicht dass ich wieder laufen kann wo hast du es hingeworfen ach da ja nehme ich doch dankend auf wie ein schwamm ich brauche noch mehr ich bin noch nicht mal zu 70 prozent gefüllt alter echt mhm wenn ich schon mal hier bin dann gucke ich noch mal kannst du noch laufen wenigstens ja ja dann können wir ja noch die gegend erkunden ich glaube da gibt es wahrscheinlich auch ein paar xp oder so aber ich dachte jedesmal hier liegt irgendwie ein skorpion hier ist heiß ey tatsache ey da hinten ein skorpion alter da siehst den ja 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 fett also die finde ich eklig die fächer alter alter das ist nicht das ist für mich da hinten nicht mehr schönes metall lecker das hole ich mir noch wenn ich irgendwie hier runter kommen sollte ja hier vorn ja es ist warm in der gegend oh fettmetall hier unten eine metallader jagt die nächste da hinten nicht unterwegs mhm ach das ist jetzt weh in dem Land alter das lohnt sich echt ja ne mhm boah hier unten überall ich muss auch gleich kommen ein großes Vieh macht mich tot und alles war umsonst ja ich bräuchte was zu essen gleich ok ich bring dir was oder komm vorbei ich schmeiß dir was hin das bin ich hä das hat er gegrölt jetzt wird es langsam dunkel was noch mal teilen hier labe dich das mache ich das mache ich unnötige kreatur ja ähm ich würde sagen lass uns zurücklaufen ne ja willst du hier oben noch das mitnehmen das hier ja ich würde achse schon hm ja wenn ich schon mal da bin ja wenn ich schon mal da bin du darfst gleich ist nächstes entdeckt wenn ich schon mal da bin ja nach worte ich noch nach worte ich noch jede Runde noch heute hat oh hier da läuft das Skorpion da unten das Vieh ok na dann lass uns abdampfen ja ich muss mal schluck trinken oh erst steil aber wie voll bin ich oh oh 87% jetzt das ist gut ich bilde mir mal ein wenn ich eine Fliege esse regeneriere ich schneller Ausdauer wahrscheinlich ist das bloß Einbildung ja auf jeden Fall wenn du nicht komplett die Ausdauer bis runter hast ja genau das ist auf jeden Fall schneller ne ne nicht dass wir irgendwo runterfallen das wär glaub ich auch nicht so gesund ne lauf ich richtig ne ja fast hast du schon jemanden zum reden finden hast du die ja hast du schon hm die das ist ziemlich am Anfang ne ich glaube oh Hyänen alter da hat noch mehr das sind noch welche und die haben uns entdeckt schnell weg oh nein fk it Wohin? Wenn sie Eiseln kommen, jetzt ja. Jetzt zieh ich noch ab. Okay, schönes Ding. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind hier, wir müssen eigentlich... Eigentlich geradezu. Eigentlich ja in die Richtung. Würde ich sagen. Ja, jetzt müssten wir dann unten irgendwie an den Fluss und dann hat man es eigentlich geschafft. Dann müssen wir nach links und das war es dann. So, aber ich weiß nicht, wie wir hier hochkommen. Da können wir klettern. Oder wir laufen drum rum. Oh, ich stecke fest. Mist. Da unten ist der rettende Fluss. Nein. Lass es mal außen rum. Meinst du? Ja. Ui. Nö. Komm. Wir klettern. Warte. Ist doch nicht so schlimm. Nö. Es geht. Gut. Oh, da. Ist schon hier einer dieser nutzlosen Trolle. Ich stehe auf seinem Kopf. Ach, hier sind die Viecher. Ja. Ja, das ist ja easy. Da ist eine ganze Höhle voll von diesen Spinnern. So. Mhm. Hier gleich. Da, wo du ein links neben dir. Oder äh, rechts neben dir. Wer? Ja. Ja. Man kann es auch... Da ist es. Man kann es auch irgendwie nicht ordnen. Willst du es umbringen? Bring... Nö. Nö. Jetzt auf mich habe ich gesehen. Wir stichen ab. Oder... Na gut. Ich habe jetzt unbedingt gewissen. Okay. So ist der Fluss. Hier können wir erstmal unseren Beutel filmen. Das stimmt. Da habe ich. So. Da vorne unser rettendes Heim. Schön. Da können wir jetzt schön. Eisen. Eisen. Am besten wir schmeißen es in den Ofen. Hauen hier noch Holz rein. Und gehen nochmal auf Tour. Ja. Ich habe hier noch Holz bei mir. Mhm. Das ist das Gute bei dem Spiel, dass der Ofen ausgeht, wenn du... Wenn der nicht mehr produzieren kann. Ja. Obwohl mich das jetzt bei Ark auch nicht so stört. Das bisschen Holz ist schnell gesammelt. Hast du mal Rast gespielt? Ne. Erik hat das gespielt. Ist das mit dem Fluss, oder? Äh... Ist das mit dem Fluss? Ist das mit dem Fluss? Ne. Das ist Rast. Ach. Und was ist Rast? Ähm... Ja. Ist auch so, wo du... Ja. Auch so wie hier. Dass du die Häuschen bauen musst. Und... Aha. Ja. Ähm... Das Hörnchen. Tue ich um und rein. Und den Kristall. Macht ihr Essen? Ja. Ja. Ganz klar machen mit dem Kristall. Genau. Echt? Wenn du es in den Ofen reinpackst. Ja, ja. Ja. Ich hab Fisch. Ich kann ja gekochten Fisch mitbringen. Ich muss es mir noch... Also... Ja gut. Essen hab ich ja jetzt eigentlich erst mal. Das reicht. Für den nächsten... Nächsten zwei, drei Minuten zu bestimmen. Ähm... Oh, meine Hacke muss ich reparieren. Das stimmt. Warte mal. Ich pack mal ja die... ...und die Schnitzhacken raus. Die... Die brauch ich nicht. Kann ich auch noch ein bisschen mehr tragen. Gut. So ich bin... Wenn ich so einsatzbereit bin, dann hab ich 29%. Dann hab ich mal das Schild raus. Wenn man noch... Ne. Ähm... Vier. So ich hab jetzt 26... Prozent. Schnell die Hacker reparieren. 29... Oh, ich steig auch gleich auf, glaub ich. Und dann wär ich mal... Stärkskill... Ne. Belastung, ne. Ja. Ich steh von mir. Okay, lass 20. Und das auch bis. So, von mir aus ganz weiter gehen. Ja. Jetzt gehen wir mal hinten da bei Eric dort in die Richtung. Ja. Da gibt's auch viel Metall. explosiv. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020